Weihnachtszeit ist die allererste Familienzeit. Das ist einer von den wenigen Momente im Jahr, wo man alle Familienmitglieder wieder in die gute Stube bringt und Zeit hat für sich. Die Adventszeit ist die geeignete Vorbereitungszeit dafür. Sie stimmt so richtig ein mit den schönen warmen Farben. Die Sorangen der Mandarinen, die roten Kirzen, die grünen Tannenzweige, das passt alles zueinander. An der Uni Bern ist die Weihnachtszeit eher hektisch. Es ist Abschluss vom Herbstsemester. Auch viele administrative Dinge sind abzuschliessen. Es herrscht so etwas wie ein Jahresendhygiene. Denkt daran, das neue Jahr kommt ganz bestimmt und geht gleich weiter.